Aha, mal sehen, vielleicht führt diese Tür zum Ziel. Hier ist es ja. Schätze, es ist egal, wen ich frage. Ich wünschte, diese drei Patenkinder erinnerten sich an Kosmo und Wander und würden mir Rede und Antwort stehen. Ich bin Pierre. Ich bin Sammy. Ich heiße Mary Ann. Hi Leute, mein Name ist Timmy, ich bin Kosmos und Wander ist derzeitiges Patenkind. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir sagen könntet, was ihr getan habt, um hier einen Ehrenplatz zu erhalten. Ich wünschte, dass alle Franzosen überaus rüde zu Amerikanern sind. Du beknackte Rattenzahn. Wow, wie hat dich das in die Ruhmeshalle gebracht? Sacre bleu, du unwissender Clown. Das ist die unrühmliche Alle der Schande, das krasse Gegenteil von Ruhm. Wir sind nicht die besten Patenkinder, wir sind die übelsten. Ehrlich? Sicher. Ich bin hier, weil... Tja, also hast du je gesehen, wie Tornados Wohnmobile durch die Luft wirbeln? Das hab ich gewünscht. Ich hasse diese Metallkisten. Psst, da kommt jemand. Hallo. Philipp und ich wollen wissen, ob sich hier zufälligerweise zaubernde Kleingelddiebe verstecken. Wenn ja, zeigt euch auf der Stelle. Weißt du, warum ich Aufnahme fand? Ich bin in das Schloss eingebrochen und hab einen Zauberstab geklaut. Na sowas. Dir soll's nicht wie mir ergehen. Schnell, gib mir den Stab und wenn wir geschnappt werden, kriegst du den wenigsten Ärger. Vielen Dank. Man, sie hat recht, du bist ein beknackter Rattenzahn. Jetzt hol ich mir nur noch Wandas Stab und dann zahl ich's ihnen heim, dass sie mich im Stich gelassen haben. Weißt du, was vielleicht noch besser funktioniert, Sherry? Was? Voila. Das ist Französisch für... Aha. Kleine Anfängerin, hab dich reingelegt. Alberme Pute, du bist genauso schwer von Kfee wie der Rattenzahn. Ich bin derjenige, der Rache nehmen wird. Cosme und Wanda sollen mich nie vergessen. Hohoho. Das ist Französisch für... Das wirst du, Blödmann, ganz schön bleiben lassen. Wow, cool. Ich schätze, wenn ich sie mit Magie aus den Bildern herauswünschen kann, klappt das auch andersherum. Das ist Französisch für... Aha. Aha. Oh, was für eine peinliche Situation Wir tragen dasselbe Kost Hey, Philipp, wie ist der hier reingekommen? Cosmo, uns bleibt nicht viel Zeit